Herzlich willkommen zum Waller Workshop hier an der wunderschönen Donau. Wir sind gerade noch an der Vorbereitung. Die ganzen Boote kommen jetzt ins Wasser und dann geht's los. Gleich sehen wir uns auf dem Wasser. Ich bin wirklich gespannt, was uns dieses Wochenende hier im wunderschönen Bayern an der herrlichen Donau erwartet. Das Wetter sieht gut aus. Es wird nicht so heiß. Schön durchwachsen. Wassertemperatur liegt bei knapp 20 Grad. Wir werden vielleicht ein bisschen Regen kriegen. Kommt ein bisschen Sauerstoff ins Wasser. Schauen wir mal. Ihr seid dabei. Ab geht's. Ist doch perfekt, oder? Wenn man die Schlauchboote nicht mehr ins Wasser reintragen muss, sondern hier perfekt slippen kann. Das hängt hier am Stein. Hier ist ein Podostein. Jetzt muss es noch ein bisschen rüber, dann geht's. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Oh, nee. Ich hab noch gesagt. Ich hab noch gesagt. Du wolltest das eigentlich schön. Ist dir wehgetan? Jürgen, Handy? Eben noch uns über die Slip-Anlage gefreut, aber Steine sind glatt. Boot ging jetzt super rein, aber die Helfer haben die erste Erfrischung hinter sich. Hauptsache ist nichts passiert. Und jetzt gehen wir angeln. Ich hab noch gesagt. Ich hab noch gesagt. Wir haben jetzt späten Nachmittag. Wir werden jetzt die erste Klopftour starten und dann nacheinander bis zum Dunkelwerden auch die Uferrouten rauslegen. Also wir probieren bei den Workshops, aktives und passives Angeln perfekt zu mischen. Da haben wir hier auch das beste Gewässer vor der Haustür, kann man sagen, die Donau. Schauen wir mal, ob was kommt. Geil. Fünf Minuten geangelt, der erste Fisch am Band. Noch kein Riese, aber Zielfisch. Petri, danke. Der erste Klopfwolle. Ehrlich? Ja, der erste. Ja, siehst du. Wir haben ein bisschen mehr Strömung, wahrscheinlich wegen dem alten Hochwasser. Und die Route, die nachgelaufen ist, hat jetzt einen Fisch gebracht. Weiter geht's. Das ist irgendwo ein Töter. Ich passe. Achtung, Fisch kommt, Fisch kommt, Fisch kommt. Achtung, 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 Achtung. Ganz hohe. Jetzt sind wir noch eine Runde. Die Brenze schon raus. Guter Fisch hier unten. Guter Fisch hören. Das ist eine große Herausforderung. das knallt hier beim workshop an der donau mit real beim ersten uferteam sind wir eben vorbeigetriften mit dem klopfen und vielleicht haben wir die waller an den u-posenmontagen wach gemacht die jungs am drillen wahnsinn wie das hier abgeht an der donau so 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 der aktuelle film wird von folgenden angelläden präsentiert hier bekommt ihr alle brandneuen produkte ein super preis leistungsverhältnis und eine fachmännische beratung alles gut alles gut ich habe gewartet wie es kommt hier mit der rute mit hier mit der rute mit passiert nichts schön eingestiegen ist denn hier mit der rute mit dem Das ist kein Flechtermannschrein. Petri heil. Petri, danke. Fini, vorsichtig. Das ist kein Schlechter. Petri, Jungs. Petri, danke. 1,70er Donaufisch. Ein ganz markanter Fisch. Hier wird er etwas dünner und hinten fehlt ein Stück Schwanz. Wahrscheinlich habe ich mal eine Schiffsschraube gekriegt oder irgendwas. Auf unseren Spezialteaser hier. Hier hängt er. Wahnsinn. Das ist der Waller Workshop. Wahnsinn hier in der Donau. Wir angeln jetzt vielleicht 2,5 Stunden aktiv. 3 Fische. Ein Fisch vom Ufer. Mal gucken, ob morgen früh mir die Haare hier richtig zu Berge stehen, wenn die Nacht rum ist. Weiter geht's. Ja, der ist an. Wahnsinn. Wahnsinn. Fünf Minuten eben nach dem 1,70er weiter geklopft. Bam! Geht's wieder rum. Sauber die Ohren schieben. Macht das Spaß vielleicht. Die sind ruhig. Schön. 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 Deswegen sind wir hier Jungs. Jetzt gehen wir auch noch ins Roller Punkt noch an. Wie geil die Rüde zum geht. Geil. Viel ist hier. So schnell? Okay. Das ist. So muss es sein. Die haben jetzt noch. Ja. Du lenkst eh mit dem Boden. Also ganz oben ist man halt. Ja. Die ist immer noch 3,50 m in dem Boot. Was? Ehrlich? Da ist ja die Markierung. Ja, stimmt. Willi, der ist der, oder? Ja. Das ist die Markierung. Genau. Schön. Oha. 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 Ich finde ja, ob ich so ein kleiner Glücksbringer habe. Ui. Geiler Fisch. Ein schöner Fisch für aktives Annen. So. Sauber. 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 Nee, der hat ja nur mir von Kün centered, ne? Das ist der absolute Donauwahnsinn. Fünf Fische jetzt. Es ist jetzt wäre dunke. Gerade im Workshop begonnen. Na ja, die richtige Taktik bringt richtig Fisch. Fini, der ist wieder hoher, der ist wieder hoher. Sauber. Geil Jungs, so muss das sein. Besser geht es nicht. Siehst du, der vordere Drilling hängt drin, hat ihn von vorne genommen, zack. Elia sein erster Klopfwaller und kein schlechter. Petri Heil. Sauber, geiler Fisch. Wahnsinn, was hier abläuft. Das ist wirklich hier der absolute Wallerwahnsinn bei unseren Wallerworkshops hier in der Donau. Also dieser Fluss ist grandios. Jetzt wird es dunkel, es wird kälter. Die Heizen jetzt hoch, machen noch die restlichen Uferrunden fertig. Und dann denke ich, dass heute Nacht auch noch beim Ansitzangen was kommt. Petri Heil, den Jungs. Geht wieder. Die T-Shirts sehen auf jeden Fall schon mal nach Erfolg aus. Bis gleich. Geht wieder. Musik Musik Kombi-Rick, der kleine Drilling, hinten ist komplett frei, der Einzelhaken sitzt perfekt in der Maulfalte. Also einer von beiden Haken greift immer, ganz zuverlässig, vor allem bei kleineren Fischen ist es wichtig, ja, sonst kriegt er mal schnell einen Fehlbiss. Ein großer Fisch, kann es schon passieren, dass er sich beide komplett reinballert. Musik Hier seht ihr einen Einschlag, voll draufgerumst. Oh ja. Dein erster Klopfwoller? Ja, mein erster. Da kommt er. Nicht der größte, aber geil. Mein Fall. Sie probieren, selber zu greifen? Geht. Mit dem Handschuh. Nein, da brauche ich nicht Handschuh. Nein, 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 nein. Die kleinen Röpfen schon rum. Die kleinen Röpfen schon rum. Die kleinen Röpfen schon rum. Du nimmst mit der einen Hand, mit der anderen Hand es vor, passt auf, dass die Drillinge nicht ans Schlauchboot kommen. Genau, dann greifst du mit dem Daumen rein, oder so, mit dem Daumen rein, greifst du mit dem anderen nach unten dann. Und wenn du da reingreifst, die Drillinge aufpassen, festhalten, zack, perfekt. Super. Da ist er. Jetzt darf ich nicht mehr drinnen haben. Jawohl. Geiler Fisch. Super gemacht. Sauber. Er ist der Klopfwoller. Spitzenteil. Das sind Fischzwölfen und Köder. Es ist so spannend, das Angeln hier an der Donau, das aktive Angeln. Und die Waller sind so gut drauf, da bleibt uns natürlich wenig Zeit am Ufer gemütlich zu kochen. Und hier draußen auf dem Boot, Wildfood, geht rucki zucki, ist mega lecker. Und wenn der kleine Hunger kommt, könnt ihr weiter angeln. Und dabei euch aber ganz schnell eine leckere Mahlzeit reinballern. Geil. Erster Vertikalwoller. Und? Macht Spaß an dem Teil, oder? Aber richtig. Geistertig. Geistertig. Jetzt komme ich hier gerne. Ja. 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 Und da haben wir schon einen Schlumpf in den Taschen. Der ist drüber gefahren, oder? Ja. Der hängt nicht vorne am Maul. Der hängt da. Ja. Okay. Warte, 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 was wir sehen? Ja. Druckhalten auf den Fisch. Wir gucken, ob du ihn packen kannst. Einfassen festhalten. Sehr gut. Dann tust du auch noch weh. Geil, Leute. Gratuliert. Petri. Super. Erster Fisch. Erster Vertikalwoller. Mega. Schöne Färbung. Geiler Fisch, ja. Echt super. Eben beim Klopfen hat das Handy geklingelt. Die Jungs haben einen großen Fisch im Drill. Wahrscheinlich der erste 2 Plus jetzt hier beim Workshop an der Donau. Wir heizen jetzt mal schnell hoch. Also wir sind auch tagsüber, können beim Uferangeln die Routen rumgehen. Tagsüber sind die Katzen fett. Klopfen ist ja der absolute Wahnsinn hier aktuell in der Donau. Gestern im Dunkelwerden kam bei den Jungs schon ein guter Fisch. Und jetzt hier kurz vor der Mittagszeit kommt der nächste, ein richtiger Donaubollermann. Zwei Meter neun. Wahnsinns Teil. Ein richtiger deutscher Gigant. Petri Andi. Petri Dog. Starker Fisch. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind merklich dicker angezogen. Die ersten 40 Stunden Workshop, die ersten zwei Tage in der Donau sind rum. Es war eine fantastische Fischerei. Elf Fische wurden gefangen. Drei Waller beim Ansitz, neun beim Aktivangeln. Also das aktive Angeln mit dem Wallerholz und mit den Teasern hier. Das hat wirklich richtig gerockt, hat richtig Spaß gemacht. Wir hatten da ganz spannende Momente auf dem Boot, hatten aber auch noch ein konstantes Wetter. Es war noch richtig schön warm. Und jetzt, ja jetzt kommt der Wetterumschwung. Ich schätze mal, es sind bestimmt gefühlt 10 Grad Außentemperatur weniger. Bewölkt der Himmel. Immer wieder Regen. Wassertemperatur ist drei Grad gefallen. Von knapp 20 Grad auf jetzt 17,5. Bin mal gespannt, wie es weitergeht. Denn die nächsten zwei Tage Workshop stehen jetzt vor uns. Jeden Moment kommen die Gäste an. Die Boote sind alle vorbereitet, startklar. Ich werde euch jetzt noch gleich die Erfolgsmontage zeigen. Die Erfolgs-U-Posen-Montage. Es kam ja wirklich ein grandioser Fisch hier für die Donau. Zwei Meter neun, also wirklich ein starker Fisch. Muss man erst mal fangen. Ich stelle euch gleich das Vorfach noch vor, dass ihr es auch ganz bequem zu Hause nachbauen könnt und einsetzen könnt. Ich zeige euch auch nochmal die Teaser, die hier die Erfolge gebracht haben beim Klopfen. Da ist ja auch ein ganz neuer Teaser dabei gewesen. Ein neues Modell, mit dem ich jetzt einige Zeit schon Tests am Wasser verbracht habe. Der wird jetzt in den nächsten Monaten auf den Markt kommen. Auch in unterschiedlichen Farben. Real Warm Teaser wird der heißen. Also ein ganz spannendes Teil. Hat auch hier gut Fisch gebracht. Ja und dann gehen wir wieder raus. Wir zeigen euch ein bisschen was passiert, was wir machen. Und ich bin mal gespannt, wie der Wetterumschwung jetzt die Änderung sich aufs Beißverhalten der Waller hier in Deutschland an Donau auswirkt. Ab geht's! 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 Ich habe euch ja versprochen, dass ich euch nochmal das System zeigen möchte, mit dem unter anderem auch der 2,9 Meter hier an der Donau kam. Wir haben sogenannte Kombi-Vorfächer eingesetzt, bestehend aus einem 8.0 Megahook Einzelhaken und einem einzelnen Ghost Hook am Ende. Am Ende ist hier ein Geflechtvorfach verbaut, was es uns ermöglicht, ganz schnell die unterschiedlichen Ködergrößen, die die Teilnehmer beim Workshop einsetzen möchten, anzupassen. 15 Gramm Auftrieb hat sich hier als die beste Methode herauskristallisiert, entweder die EVA-U-Pose oder die Tree-U-Pose, da kamen die meisten Aktionen drauf. Ein ganz flexibles Vorfach vorne, steifer Teil, der das Vorfach in der Strömung schön streckt, trifft auf den weichen Teil, wo wir ganz schnell und flexibel unterschiedliche Ködergrößen montieren können. Also auch für euch zu Hause, wenn ihr an einem Fluss unterwegs seid, der ähnliche Strömungsverhältnisse jetzt hier wie die Donau hat. Wir hatten auch ein bisschen jetzt mit steigendem, schnelleren Wasser zu kämpfen, teilweise Strömungsdruck von über 3,5 kmh. In der Regel haben wir hier 1,5 bis 2,5 kmh, je nach Schleusentätigkeit, aber da hat sich auf jeden Fall dieses System herauskristallisiert. Hier das Vorfach ist 2,5 Meter lang, 15 Gramm U-Pose, Doppelhaken-System, Einzelhaken-Ghosthook und da hat es geknallt. Und jetzt gehen wir wieder raus zum Klopfen. Schauen wir mal, ob die Wälse jetzt nach dem Temperatursturz noch aufs Wallerholz reagieren. Wenn es am Ufer schwieriger wird, vielleicht kriegen wir sie aktiv ans Band. Der Wind hört auf und es kommt wieder eine Aktion. Kurbeln, mit der Rute runterkurbeln, mit der Spitze runtergehen, genau. Der ist gut, ein bisschen haben wir zusammengefangen. Doch, das schaffst du. Unangenehm? Schon. Nein, das schaffst du. Das ziehst du jetzt durch. Der ist ein guter Fisch. Der ist wirklich gut. Das schafft er zusammen. Ich hab ja gemang eine Muskelkarte. Das schafft er. Das schafft er. Der kämpft unendlich. Ja, das schaffst du. Hast du mal einen Wälz gefangen? Einen kleinen Babyhälz, ja. Na also, jetzt komm. Ich glaub, der ist schon eine Hausnummer. Der ist schon immer gekurbelt, mit der Spitze runtergehen, genau. Nachkurbeln, nachkurbeln, wie bekannt, genau. Und die Rute wieder hochpumpen. Genau, gut machst du das. Und nachkurbeln, super. Da müssen wir dann ein Teamfoto machen. Da müssen wir ein Teamfoto machen. Immer zum Weg halten vom Boot, genau. Der hat aber jetzt paar Mal gezuppelt, 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 dann hat er ihn runtergezogen. Achtung, jetzt kommt er, guck mal da. Oh Gott. Ich will ihr mit meinem Weg vom Boot. So gesehen haben wir ihn zumindest schon. Ich hab ihn noch nicht gesehen. Ich schon. Und, war es Gutes, oder? Ja. Ja, mein Gut. Für mich schon. Kurbel, 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 kurbel. Der muss unter dem Boot raus. Das ist nicht so leicht. Das machst du schon. Du kannst dich ruhig mit dem Knie hier wieder gegen kniehen. Genau so. Andere Knie auch. Andere Knie auch, ja. Ich sag mal, du hast mir da einmal schwer. Geht? Ja. Also auch nach dem Wetterumschwung das Klopfen geht noch weiterhin. Ja, das ist ein guter Knie. Das ist ein guter Knie. Ja. Das geht langsam rüber. Ja. Genau. So. Sabines erster Klopfballer in Zusammenarbeit mit dem Angelo. Super, Angelo. Toller Fisch. Starker Fisch, ihr zwei. Danke, Stefan. Petri Heil. Richtig Dank. Richtig Dank. Richtig Dank. Schöner Donauklopf voller. Die machen schon Spaß in der Größe, he? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Na, dank Stefan soll ich's. Genau. Quatsch. Einen wunderschönen guten Morgen hier an unserem letzten Morgen, in den letzten Angelstunden hier am Donau-Workshop in Zusammenarbeit mit dem Angelparadies aus Straubing. Das Ansitzangeln hat sich als doch recht schwierig herauskristallisiert. Wir hatten einen Temperatursturz, wir hatten noch viele Eintagsfliegen, Wassertemperatur runtergegangen, viel Regen. Beim Ansitz kamen insgesamt jetzt nur vier Fische, eine Rakete dabei mit zwei Meter neun. Aber das aktive Angeln, in das wir sehr viel Zeit investiert haben, hat die ganze Sache abgerundet. Ich glaube, 15 oder 16 Waller konnten auf diese Weise hier den Weg zu uns ins Boot finden und für die Workshop-Teilnehmer eine ganz spannende Erfahrung bilden. Ich zeige euch nochmal ganz kurz das Gerät, was zum Einsatz kam. Hier unser Silent Teaser. Hat richtig gut funktioniert in Verbindung mit einem saftigen Tauburmbündel. Hier vorne seht ihr das Muster unseres neuen Real Warm Teasers. Also da kommt eine ganz tolle Sache auf euch zu. Er hat auch gut abgeräumt. Und in Verbindung mit unserer Solid Fun, diese Rute garantiert Brillspaß vom Feinsten. 1,70 Meter Länge und die normalen Solid Vertical Ruten, hier noch die alte Fun-Serie. Also egal ob mit Multi oder mit Stationärrolle, abgerundet mit einer 40er geflochtenen Schnur, habt ihr auf jeden Fall Klopf-Spaß vom Feinsten. Wir machen jetzt noch eine Drift, vielleicht kriegen wir noch was ans Band. Und dann geht es für uns auch nach Hause. Also wenn ihr mal Bock habt, auf so einen Workshop hier dabei zu sein, meldet euch an. Unten in der Videobeschreibung findet ihr die Kontaktadresse vom Angelparadies Straubing. Da könnt ihr euch schon Termine für das kommende Jahr sichern. Bleibt gesund, viel Spaß am Wasser, bis zum nächsten Video. Euer Stefan. Ciao, ciao.